Landen wir. Scheiß drauf. Das ist auch wieder so ein Planet, der so in Richtung Erde geht. Warte mal. Da vorne sind schon direkt Waffen. Halt. Geh wir doch direkt mal dahin. Da sehe ich schon direkt irgendwelche Gegner. Geh wir doch erstmal dahin. Wenn wir schon mal hier sind. So, wer da hier ist. Aha, oops. Oh, boll. Okay, die sind umgewandelt worden hier. Die sind umgewandelt worden. Gucken wir doch erstmal hier rein. Das waren wohl mal Menschen. Oder halt andere. Verdammt. Oh, ernsthaft? Au. Fuck you. So, nehmen wir nochmal alles. Äh, nehmen wir noch mehr. Da klappt's dann jetzt. Alles nehmen. Und alles nehmen. Gut, dann guck mal aber kurz rein. Alter, guck mal, was wir hier gekriegt haben. Alles in WTF. So, 216 ist das Maximum. Oh, 260. Und? Gut. Ja, ähm, ne? Nice. Ist gekauft und so. Okay. Okay, der Rest kann alles umgewandelt werden. Ja, alles präzise, du. Ich sag's dir. Der ist bei 2,13. Der ist bei 2,11. Okay, kann alles umgewandelt werden. So, Pistolen. So, wir haben wir bei 177 Maximum. 198. Boah. Nimm mal. Oh, nimm mal. 77. 82. Der ist auch schon bei 77. Alles klar, der Rest kann klein gemacht werden. 3D und Präzision. Naja, muss ja nicht so sehr sein. Was? 195, 211. 211. Gucken wir mal weiter. 211. Ja, 211 ist schon das Maximum. So, hier haben wir mal 149. 211. Und hier er auch noch. Ich glaube, wir haben drei davon sogar. Da geht zwar die Präzisionseinstufung runter, aber der Schaden geht drauf. Da muss man dann schon ein bisschen abwägen. Okay, der Rest kann platt gemacht werden. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. So. Mittelschwer Mensch. Predator. hier mal ein bio verstärker kann platt gemacht werden braucht keine sau das mittelschwer mensch kann auch weg weil der kann sowieso nur leichte rüst tragen gut dann ist er wieder aufgeräumt wieso ist hier kein upgrade drin fuck you das geht ja mal gar nicht gut das kann man lassen ok hier kann ich nichts machen sieht nicht dann aus auch so nicht rein das sieht irgendwie aus wenn wir da nachher rauskommen würden so wie auf der einen mission eben gut aber dazu muss ich schon mal frei geräumt immerhin alter okay schön dass sich das auto von selber wieder aufrichtet ähm gott alter jetzt sag mal bitte nicht wieder da oben, dann krieg ich nen Föhn ich muss mal kurz Auto reparieren da kann ein Auto hier kaputt gehen hier auf der Landschaft, jetzt mal ohne Scheiß alter Falter alter Fug oh Gott ich will ein fliegendes Auto leck Kumio, das ist ja Wahnsinn meine Güte ja und wieder neue insignia gefunden alter, da wirst du ja bei Schugge bei der hat schon kommen, ich muss schon wieder den ganzen Berg da hoch, da kriegste Krise furchtbar sie müssen umdrehen Commander, sie befinden sich außerhalb des Einsatzbereichs halt die Fresse ich muss ja auch irgendwie da hoch kommen Mann äh, 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 ja geschafft alter, ich jetzt aus fuck you fuck you Okay, dann fahren wir rückwärts weg mich. Was bist du? Du siehst ja etwas aus. Du bist bestimmt harmlos. Ansonsten werde ich jetzt gleich geröstet oder sowas. Nein, ich war doch schon durch. Verdammt. Verdammt. Oh Gott, wir müssen da auch noch weiter. Oh echt jetzt? Wie soll ich denn da hochkommen? Oh Leute, spinnen die eigentlich? Uff. Wer kennt eigentlich noch Dumbo? Das ist ja noch die Bahn, ne? Es geht aufwärts, 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 aufwärts. Langsam, langsam, langsam. Verdammte Scheiße. Geh hoch da. Oder wieder komplett runter. Fuck you. Ich bin froh, wenn ich hier diese Welt wieder verlassen habe, weil mir hier die Berge schon wieder auf den Keks gehen. Wuff da jetzt! Geht doch. Mann, 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 Mann. Das sieht schon wieder nach Gegnern aus, da. Äh, jo. Verdammt. Ich bin froh. 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 Ähm... Wieso erinnert mich das so an dieses große Therianische Viech da? Wieso erinnert mich?